Ihre Haut ist so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings. Etwa 500 Kinder in Österreich leben mit einem Gendefekt, der schon bei geringstem Druck Blasen und offene Wunden auf der Haut auslöst. Lisa Riedl lebt seit 27 Jahren mit dieser Krankheit. Weil viele Ärztinnen und Ärzte ratlos waren, hat ihr Vater, als sie klein war, eine Selbsthilfegruppe für die sogenannten Schmetterlingskinder gegründet. Mit Spenden hat Rainer Riedl 2005 die weltweit erste Spezialklinik für Schmetterlingskinder gegründet. Diese müsste jetzt dringend renoviert werden. Doch für die Behandlung seltener Krankheiten gibt es kaum öffentliches Geld, berichtet Markus Stachel. Oberärztin Anja Diem und Diplomkrankenpfleger Mario Weisbacher empfangen Familienotdürfte aus Eugendorf in dieser Spezialklinik in Salzburg. Ich mag es heute nicht. Jetzt nur mit dem Bärle. Ja, genau, dann rede ich mal mit dem Bärle. Guck der Bärle jetzt mal zu mir kurz. Katharina ist ein sogenanntes Schmetterlingskind. Alle zwei Monate kommt sie hierher zur Untersuchung. Der Vierjährigen fehlt von Geburt an ein genetischer Baustein der Haut. Hast du einen Namen für den Bären? Und, wie heißt der? Wie heißt der Katharina, wie ich. Echt Katharina heißt der? Wie ich. Wie ich. Wie ich. Wie du. Sehr gut. Wie du heißt, weiß ich eh. Kannst du mal kurz ausnahmsweise deine Hand da herlegen. Schau, das geht doch wunderbar. Darf ich noch die andere Seite an. Berührungen können Blasen hervorrufen. Und auf stärkere Belastungen reagiert die Haut mit offenen Wunden. EB, Epidermolysis Bullosa, bedeutet wörtlich übersetzt blasenförmige Ablösung der Oberhaut. Ich sehe ganz gut, was da geht und was da nicht geht. Sehr gut. Das reicht. Super hast du das gemacht. Perfekt. Super, danke schön. Und jetzt zeigst du mir einmal, wie du so machen kannst. Das ausstreckt so. Einfach so. Genau. Sehr gut. Das ist ganz fein. Das hast du ein gutes Gefühl. Okay. Gut, dann glaube ich, war es das von mir aus schon wieder. Der Verband schützt nicht nur Wunden, er soll auch die Finger auseinanderhalten. Denn bei der schwersten Form von EB kann es dazu kommen, dass Finger und Zehen zusammenwachsen. Geht sich das aus? Jetzt geht sich alles aus. Genau. Super. Ah ja, da ist ein Blasen. Geht nicht gut. Ja, passt schon. So. Okay, sehr gut. Gut gemacht. Dankeschön. Bei der Katharina, die ja schon eine Augenoperation hinter sich hat, eine Zahnoperation mit ihren vier Jahren auch schon hinter sich. Es geht halt immer weiter. Bedeutet, dass man immer wieder mit der Situation auch fertig werden muss. Also, wenn sich die Finger krümmen, also man weiß von den Schreckensbildern oder von dem eben, dass ihre Form so schwer ist, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht. Nur wenn es dann so weit ist, muss man das auch wieder verkraften. Und so verkraftet man einen Schritt nach dem anderen. In Wien besuchen wir ein mittlerweile erwachsenes Schmetterlingskind. Lena Riedl ist 27, lebt in einer WG, hat Kommunikationswirtschaft studiert und arbeitet zur Zeit von zu Hause aus. Dass ihr ein solcher Weg gelingen kann, war am Beginn ihres Lebens keinesfalls klar. Also, es war so, dass es natürlich eine Zeit lang gab, da habe ich gar nicht realisiert, dass ich sozusagen anders bin, dass ich irgendwie eine Haut habe, die anders ist als die der anderen Kinder. Das hat dann schon einige Zeit lang gedauert. Ich würde sagen, so im Volksschulalter, dass ich dann wirklich realisiert habe, hey, die anderen Kinder können viel wilder spielen, die anderen Kinder können Dinge machen, die ich nicht machen kann. Thema macht 2003 auf die schwierige Situation der Schmetterlingskinder aufmerksam und besucht Familie Riedl zu Hause. Lena ist damals neun Jahre alt und spielt mit ihrer Schwester Emmi. Beim Tränen kann ich nicht mit spielen, weil da so viele Kinder sind. Es sind 43 Kinder. Äh, 33. 33 Kinder. Und das sind dann so viele Kinder. Und dann stolpern sie auch. und dann falle ich hin und dann schlage ich mir die Knie auf und so. Je älter man wird, wird einem das immer bewusster. Im Teenage-Alter vergleicht man sich noch mehr mit seinen Mitmenschen. Ich bin im Sommer immer mit langen Ärmeln und langen Hosen rausgegangen, weil ich nicht anders sein wollte, weil ich nicht angeschaut werden wollte. Und mit Narben, natürlich wird man in der Öffentlichkeit angeschaut. Und, ähm, also es waren auch solche Zeiten, da, wo man sich natürlich fragt, warum ich und warum jetzt und warum Schmerzen. Lena Riedl verarztet sich täglich selbst. An guten Tagen braucht sie dafür eine halbe, an weniger guten eine ganze Stunde. Als sie ein kleines Mädchen war, haben ihre Eltern sie bis zu vier Stunden lang bandagiert. Jeden Tag. Rainer Riedl besucht seine Tochter. Die beiden kämpfen gemeinsam für Schmetterlingskinder. Ein Engagement, das der Papa einst für seine Tochter begonnen hat. Bei mir persönlich war es so, dass das uns am Anfang schon niedergedrückt hat. Aber es hat dann einen Punkt gegeben, wo ich mir dann gesagt habe, ich nehme dieses Schicksal in die Hand, ich akzeptiere das nicht, den Zustand, wie er ist, und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Und habe mir dann die damals schon recht große Idee in den Kopf gesetzt, eben diese Klinik zu bauen. Gemeint ist diese hier, das EB-Haus in Salzburg. Vor 15 Jahren wurde es eröffnet, errichtet fast ausschließlich aus Spendengeldern. Zwei Millionen Euro hat Rainer Riedl damals gemeinsam mit Gleichgesinnten gesammelt. Zwei Jahre nach der Geburt seiner Tochter hatte er gemeinsam mit anderen Eltern die Selbsthilfegruppe DEBRA gegründet. Jahrelang sind Familien auf der Suche nach ärztlicher Hilfe gewesen. Da reifte der Gedanke, es müsse eine Klinik geben, wo alles Wissen über Epidermolysis bullosa gebündelt wird und Schmetterlingskinder bestmöglich behandelt werden können. Die heutige Leiterin der Ambulanz für Schmetterlingskinder, Anja Diem, war schon damals als junge Medizinerin mit dabei. Noch bevor es das EB-Haus gab. Das EB-Haus gibt es jetzt seit 15 Jahren. Ich bin selber seit 17 Jahren in dem Bereich tätig und habe angefangen mit einem Telefon und einem halben Quadratmeter Schreibtisch einer Krankenschwester, die mir gelegentlich geholfen hat. Der Weg von den ersten Behandlungen zur eigenen Klinik war weit. Jetzt soll das nächste Kapitel in der Geschichte der Schmetterlingskinder aufgeschlagen werden. Also was uns heute wirklich ganz bewusst geworden ist, wir hätten damals schon dreimal so groß denken sollen. Das haben wir uns nicht getraut. Wir hätten es tun sollen, weil was uns jetzt einfach ausgeht, ist der Platz. Das Labor müsste nach 15 Jahren dringend erneuert und erweitert werden. Dazu bräuchte man etwa 2 Millionen Euro. 2005 war das EB-Haus in Salzburg weltweit die erste Spezialklinik für Schmetterlingskinder. Bis heute ist es international führend in Behandlung, Forschung und Lehre. Diese Archivbilder zeigen Johann Bauer. Der heutige Universitätsprofessor widmet sein wissenschaftliches Leben ganz und gar der Suche nach einer Heilung. Wenn man als Arzt und auch als Forscher in der Wissenschaft arbeitet, ist man leider gewöhnt, dass es lange dauert. Und dass es oft einmal ein Wissenschaftsleben überdauert, diese Forschung. Und daran habe ich mich schon gewöhnt, dass gewisse Sachen möglicherweise erst nach meinem Wissenschaftsleben passieren werden. Aber ich muss mich zufrieden geben und ich gehe mir auch zufrieden mit immer diesen wichtigen kleinen Schritten, die wir durchaus vorangehen. Und da ist in Amerika einiges unterwegs, da ist in Deutschland einiges unterwegs und in Österreich. Also das gibt mir die Hoffnung, dass wir, wie gesagt, für bestimmte Formen der EB, dass wir hier schon bald was Greifbares haben werden. Zurück zur vierjährigen Katharina Notdorfter in der EB-Ambulanz. Kannst du die Zehen bewegen? Zeig einmal. Zeig einmal. Uh, ja, das geht aber sehr gut. Du machst das gut. Du machst das gut. Aber eben damit das so geht, müsstest du einfach weitermachen, damit die Verbände... Wie umfassend die Hilfe heute für die Familien ist, macht Katharinas Mutter deutlich. Dankeschön. Ja gut, im ersten Moment, also wie sie auf die Welt gekommen ist, da hat man sie erst noch ein paar Minuten gesehen, dass die Haut bei den Füßen, dass bei einem Fuß praktisch die Haut weg ist. Dann haben wir einige Stunden nicht gewusst, was los ist. Wir haben nur gewusst, irgendwas stimmt nicht. Am zweiten Tag ist schon das Team vom EB-Haus da gestanden praktisch bei uns im Krankenhaus und hat uns eigentlich von da an begleitet. Wir haben gewusst, was ein Schmetterlingskind ist, eben auch relativ bald gewusst, dass es bei der Katharina die schwerste der schweren Formen ist. Also, ja, man hat da relativ schnell dann durch die Debra auch andere Gleichgesinnte treffen können, auch Erwachsene, Betroffene. Ja, war eine ziemlich starke Zeit, wo man gleich am Anfang relativ viel auch gesehen hat. Auch Schlimmes natürlich. Ja, aber das EB-Haus war für uns natürlich am Anfang, jetzt im Nachhinein gesehen, ein Glück. Am Anfang hat es Fingernägel noch gehabt, die Finger noch frei bewegen können. Jetzt ist die Fingerbewegung schon eingeschränkt. Wir haben trotzdem auch Physiotherapie ständig, ein- bis zweimal die Woche. Trotzdem schreitet es stark voran. Familiennot dürfte hofft darauf, dass im EB-Haus Salzburg den Forscherinnen und Forschern der Durchbruch zur Heilung gelingt. Denn schreitet die Krankheit voran, kann Hautkrebs die Folge sein. Deshalb werden hier auch Tumorzellen erforscht. EB betrifft nicht nur die äußeren Hautschichten, sondern auch die Schleimhäute bis hin zur Speiseröhre. Die Forscherinnen und Forscher suchen auch nach einer Möglichkeit, die Heilung von Hautzellen zu beschleunigen. Alles, was hier passiert, kommt nicht nur Schmetterlingskindern zugute. Es gibt aber natürlich die Hoffnung auch, dass diese Methoden, die wir entwickeln, in Zukunft andere genetische Erkrankungen heilen können. Es gibt ja auf der Welt leider 8.000 genetische Erkrankungen. Davon sind 7.950 momentan nicht heilbar. Aber die Methoden, die wir hier entwickeln für die Schmetterlingskinder, könnten auch transferierbar sein für andere Erkrankungen. Das EB-Haus mit seinen 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört weltweit zu den renommiertesten Institutionen. Trotzdem muss es sich seit 15 Jahren aus privaten Spenden finanzieren. Alle hier versuchen zu verdeutlichen, was es an Hilfe braucht und wie sich das Leben für ein Schmetterlingskind anfühlt. Wir würden natürlich schon gerne eine Finanzierung bekommen durch das öffentliche Gesundheitssystem, das aber zurzeit leider noch nicht bereit ist, die viele Zeit, die man einfach braucht, für solche Familien zur Verfügung zu stellen. Zurück nach Wien, zu Rainer Riedl und seiner Tochter Lena. Selbst ein Schmetterlingskind hilft die 27-Jährige im Verein DEBRA mit, den ihr Vater vor 25 Jahren gegründet hat. Während die Suche nach Spenden und Verständnis die gleiche geblieben ist wie damals, hat Lena Riedl für sich einen Umgang mit ihrem Schicksal gefunden. Aber ich sehe es auch immer so, ich sehe meinen Körper und mich als ein gewisses Team. Und mein Körper lässt mich Dinge machen und lässt mich rausgehen und lässt mich Unternehmungen machen. Und im Gegenzug schaue ich einfach auf meinen Körper und gebe meinem Körper das, was er braucht. Und wenn das heißt, dass ich am Abend eine Stunde lang verbinden muss und die Wunden versorgen muss, dann ist das ein Preis, den ich gerne zahle. Und ich sehe es auch immer so,